Hallo, ich bin die Jacqueline, dein Coach für Schokolade und Süßes. Herzlich willkommen in der Academy. Wenn ihr eure Kunden besser zum Thema Schokolade beraten wollt, dann erfahrt ihr in unseren Workshops alles Wissenswerte rund um das Thema Schokolade und Kakao, guten Genuss und gute Rohstoffe. Wenn ihr selbst Pralinen oder Schokoladen herstellen wollt, könnt ihr bei mir erfahren, wie genau ihr Schokolade auf den Punkt temperieren müsst, damit die dann natürlich schön seitig matt glänzt und die Schokolade, wenn man reinbeißt, auch schön knack macht. Ja, was könnt ihr damit machen? Ihr könnt eure Kunden begeistern mit Giveaways. Ihr könnt die Schokolade nutzen, um zum Beispiel Gastgeschenke anzubieten für eure Kunden. Also man kann sehr viel um das Thema Schokolade gestalten und Kunden glücklich machen. Alles dazu erfahrt ihr in meinen süßen Workshops. Ich bin